Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen, Mr. Wick. Ich liebe den Rollen, ich liebe den Film machen und ich habe die Möglichkeit, es wieder zu spielen. An mir soll es nicht scheitern. Wir wollten, dass wir einen Rhythm zu schaffen, einen Rhythm zu schaffen. Das ist sehr cool, das ist sehr actionierend und dann ein bisschen Humor zu lassen. Und gleichzeitig, dass die Zuschauer wissen, dass wir uns nicht zu sehr ernst nehmen. Du musst das für mich erledigen. Ich kann nichts für dich tun. Du kennst die Regeln. Ich liebe seinen Willen, seine Passion, seine Griefe. Ich liebe ihn. Er wird zerbrochen. Er geht immer weiter. Keanu Reeves ist ja spätestens seit Filmen wie Speed oder Gefährliche Brandung einer der Actionhelden, auch schon meiner Kindheit, muss man ja dazu sagen. Und den heute wirklich mal so live, echt und in Farbe zu sehen, ich bin nervös wie ein kleines Mädchen vor dem ersten Schultag. Der Mann. Der Mythos. Die Legende. John Wick. Ich glaube, wenn er den ersten Teil gesehen hat, weiß beim zweiten Teil, was auf ihn zukommt. Harte Action, eine Rache-Geschichte und eine ganze Menge cooler Kram. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Willst du Krieg? Keanu Reeves! Vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir hoffen, dass du das Show genutzt. Auf Wiedersehen! Wenn du nicht lieferst, dann wird es Konsequenzen geben. Es hat wirklich alles getoppt. Es war echt ziemlich cooler Action. Arbeitest du? Ich fürchte, ja. Man war ständig unterhalten. Ich bin immer noch total geflasht, also der war toll. Ich finde, der Mann ist sowieso ein Phänomen. Adventure pur. Es waren auch viele lustige Momente dabei. Mr. Wick, genießen Sie Ihre Party. Ich habe nichts anderes außer geil, geil, geil für diesen Film. Besser kann man sich nie wünschen. Jeder, der auf Action geballert steht, soll sich das auf jeden Fall anschauen. Der Ruhestand ist wohl doch nichts für dich. Ich arbeite daran. Der Ruhestand ist wohl doch nichts für dich.